Ähm, ja, also ich denke drüber nach und es reizt mich ja schon, irgendwo es mal zu probieren. Einfach weil ich die Art Spiel noch nie gespielt habe und dementsprechend ja auch nicht weiß, ob es mir gefallen würde. Ganz davon abgesehen, ob ich darin jetzt gut, schlecht, mittelmäßig oder einfach grauenhaft bin, ja. Ja, das ist ja in dem Moment nicht mal wichtig. Warum gibt es diese Plattform hier oben nicht, um da reinzukommen? Das ist ein Nagel, was kann ich... Oh Gott, das war die Schaukel, ich dachte gerade, da kommt gerade irgendwas blitzschnell auf mich zugeflogen. Hier ist doch nichts, oder? Vielleicht einfach nur, um es zu erleichtern, hier rüber zu kommen. Ich habe keine Ahnung. So ein Sprengteufel, oder? Ui! Ah! Daran erinnere ich mich. Ach du Scheiße. Äh. Oh Gott. So, mach zu. Machst du nicht zu? Ah Mist. Kann ich die noch? Ja, ich kann die noch im Nachhinein kaputt machen. Sehr schön. Ui! Oh. Oh Gott. Ah. Ich glaube, hier geht es aber auch darum, so viele Zähne wie möglich zu bekommen. Was ich natürlich damit vereitelt habe, dass ich es nicht gecheckt habe. Ah, okay, es geht weiter. Öp. Okay. Ah. Den nehmen wir mit. Ui! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo muss ich hin? Runter, ne? So. Immer schön runter. Immer schön. Ah. Oh Gott. Ach du Scheiße. Äh, X. X ist das hier. Äh. Äh. Winkel berechnen. So. Oh, war gar nicht schlecht. So, aufladen. Okay. Wenn ich gerade hoch, stoße ich wieder runter. Es muss schon... So nicht. Ich würde es so machen. Nein, Mist. Naja, nochmal. So ist aber zu steil. Aber ich kriege das nicht... Millimeter? Naja, so vielleicht. Ja. Gut. Sehr schön. Ah. Oh, fuck. Hm. Nochmal. Ich brauche... Ich muss damit mehr Schwung runterrennen. Oh, ich muss von hier oben nochmal rein. Okay. Na dann. Da. Gut. Schön langsam kullern. So. Hopp. 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 Und jetzt. So. X. Nee. Wenn dann... So. Würde ich das machen. So war zu eng, ne? Naja, dann mach mal so. So, hoch. Und jetzt mit Schmackes. Sehr schön. Okay. Ah. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich hasse, wenn ich nichts sehe. Kann ich nicht irgendwie die Kamera drehen? Ich sehe ja noch nicht einmal was. Danke. Äh. So. Okay. Also das mit der Kamera ist gelinde gesagt, äh, scheiße, weil... Pfff. Bitte? Okay. Ich... Ich wollte gerade sagen, wieso schießt der nicht hoch? Bleibe ich da an der Kante hängen? Ah. Wurzeln. Mühe noch? Nee, das ist zu weit. Na gut, dann probieren wir es so. Hey, hat funktioniert. Bringen diese Murmeln eigentlich was? Ah. Ah. Scheiße. Ich muss ja... Ah. Oder eben einfach, äh, so. Das geht auch. Oh. Das ist voll cool. Und es funktioniert. Ah. Ich glaube, ich habe jetzt die Mieze-Katze verpasst. Die wollte noch was sagen. Schade. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich dann auch irgendwas anderes verpasst. Dumm gelaufen, aber ist eben so. Oh nein, keine Rutschpartie. Ich bin noch so... Ah. Ja. Aber die alle auslassen. Ist. Schon. Klar. Weißt? Stell mich... Ah, fuck. Und es zieht so viel ab, wenn man diesen Drecksverfall berührt. Ich kann das nicht. So, hüpfen. So, Köpfe nehmen wir ab. Ah. Ah. Ausnahmsweise mal mit. Versuchen. Ei. Oh, mein Magenknot. Äh, ich sollte vielleicht frühstücken. Ja, es zählt nicht, das schon wieder. Nein. Nein. Scheiße. Okay. Nee, ich mache erst die Kleinen. Weil sonst drehen die mir nachher einen Strick durch die Rechnung. So. Mach es tot. Äh. Äh. Mach es tot. Mach es tot. Mach es tot. Magenknoten mehr. Es ist quasi die Illusion zerplatzt. Vielleicht bin ich wieder zu metaphorisch. Aber ich finde, das trifft es schon ganz gut. Hier muss ich mit dem, hier ist auch keine Lebkuchen mehr, sondern die Illusion ist zerplatzt. Wie komme ich denn da rein? Vielleicht von oben. Aber, wie gesagt, vielleicht bin ich zu metaphorisch, aber die Illusion ist zerplatzt. Es sind halt wirklich nur noch die nackten Puppen, die übrig sind. Und, oh scheiße, oh scheiße, wo muss ich hin? Lauf, lauf. Tot. Wo muss ich denn hin? Okay, ich guck erst, wo ich hin muss. Hier um die Ecke. Okay. Und dann hoffe ich, dass ich mich jetzt schneller anstelle. Okay. Wo ist die Ecke? Wo ist die Ecke? Da ist die Ecke. Oh fuck, 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 fuck. Huh. Knapp. Okay, die Zähne hätte ich nicht mehr bekommen. Also, immer mal wieder hier so gucken. Ah, da kommt ein Verfall. Das war gut. Toll, wie geil. Aber ich könnte die Rose brauchen. Ach ja. Wenn das Spiel die eigenen Gegner kaputt macht, finde ich das toll. So, rutsch rüber. Ah, nicht dahin. So, hat gut funktioniert. Hat sehr gut funktioniert. Da muss ich hin. Okay. Auch funktioniert. Ah, da kommt Verfall. Da kam Verfall. Ah, so geil, so geil. Nein, aber wie gesagt, das ist schon... Das Bild ist irgendwie... Das Bild ist irgendwie... ...behirrend. Ein Bild liegt... ...neben dem Gehirn... ...durch den Blut. Soll das das Kind in einem selbst widerspiegeln? Ich weiß nicht. So, ich weiß auch nicht genau, wo ich lang... Ah, hier gibt es noch eine Katze. Eine Katze. Sei vorsichtig, Alice. Äh... Danke. Pass auf, was du tust, Alice. Äh... Danke. Das war jetzt... Boah, war das hilfreich. Danke. Er hätte ich diesen Rad nicht bekommen. Dann... ...wär es aus. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Der Zahn... ...bist zu mir geflogen. Hahaha. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Hier ist ein Schlüsselloch auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass ich oben... ...dass jetzt... ...irgendwie... Oh, die Glasdarde hat mir Angst gemacht. Scheiße. Ich dachte, ich fall jetzt. Ich weiß, dass das unwahrscheinlich ist, aber... Boah. Okay, so. Hier komme ich nicht weiter. Da war nur das Schlüsselloch. Okay, es ist richtig, dass ich erst nach unten gelaufen bin. So. Hier komme ich eh nicht lang, weil hier überall Glasscheiben sind. Dann muss ich... Ja, das macht es auf. Okay, gut. Dann, äh... So. Und los geht's. So. Klein machen. Uh. Scheiße. Lauf, Alice. Lauf irgendwie schneller. Danke. Was ist das für eine Hand? Sieht aus wie... ...ne Zombie-Hand. Ja, eine Zombie-Hand mit langen Nägeln. Da sind wieder die Kinder. Da. Was dir Angst gemacht? Kommst du aus dem Nix? Oh, da ist noch einer. Bleibt er jetzt da stehen, um sich kaputt machen zu lassen? Ja. Schön. Schön. Ah! Oh, da hätte ich mich klein machen müssen. Okay. Ja, das war nicht sehr clever. Egal. Und runter. So. Jetzt. Okay. Das funktioniert. So funktioniert's auch. Okay. Das macht einem halt nur... Ah! Scheiße. Das macht weg. Nee, aber ich würde auch gern mal eure Meinung wissen. Ich kenne ja nicht oft Meinung, aber ich hätte gern Meinung, ob ich mich mal an einem Horrorspiel versuchen sollte. Was macht das? Aha. Okay, also das Häbchen bringt mir nichts. Ich brauche es hier, weil ich sonst ja hier nicht durchkomme.